so meine liebe freunde da sind wir wieder ich wollte zu diesen einordner in diesem naja ihr wisst schon wir müssen auf jeden fall ein bisschen hier rumlaufen weil ich denke auch mal erst wenn wir so in der nähe von diesen orten sind wenn uns da einige einige dinge freigeschaltet und ich wollte ja jetzt auf jeden fall zu diesen aber kriege ich nicht normalerweise hier noch irgendwie oder später eine shotgun oder so war hier nicht irgendwie was gewesen was haben wir hier nichts hier ist nichts wo war denn diese diese jahr soll man dazu sagen zitadelle da hinten hahaha keine heilung mehr keine heilung mehr gar kein bock auf den wolf jetzt hier ist Da muss ja auch jemand Besonderes sein. Ah, hier ist auch zu. Ich laufe hier drum rum. Wir werden es noch herausfinden. Autsch! Okay, alles klar, cool. Da ist noch was. Da sind allerdings auch Wölfe. Ja, der Regen irgendwie gibt dich, ne? Da ist noch was. Äh. Charis. Äh. Ich hab halt großen Teils nur Echos so hier, ne? Hier ist aber wieder auch was. Äh. Äh. Ich hab' den mal warm. Scheint aber alles soweit in Ordnung zu sein. Ich glaub mal hier am Strand entlang. Vielleicht find ich ja hier noch irgendwie was. Wenn da hinten ist was. Da hinten ist einfach noch irgendwie was. Okay, wir müssen hier hoch. hoi. Hii. Hoi. 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 Dann gehen wir hier hoch Dann hier Dann hier Dann hier Perfekt Oh Digger Nee Ich hab auf jeden Fall wieder was entdeckt Du verarschen alter Ich glaube ich bin ne äh Ich hoffe ich mit den ganzen Sachen hier machen kann von denen äh Hm Was ist das denn? Hoher Edelstein Oh ok 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 Wir gucken was wir hier machen können Ahja Ok Was hier Ah hier Hm Lass mich Lass mich rein hier Ist auch noch jemand Oh ne Karte Ok Verbrauchen Das ist auch noch ne Kiste Öh Oder ne Kiste Ne Fusion Tempo Ok Das ist ja wohl nichts mehr oder? Ja Jetzt guck ich mal Jetzt guck ich mal Lass ich da hinten zu diesem komischen Schiff kommen oder was noch da ist Hier war das glaube ich ne? Das hier? Ja hier Autsch Da ist auf jeden Fall auch noch was Ja ich wusste es Ich wusste es ja Ja komm 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 Brudi Ja Ja Ich bin ja Ich bin ja Was war es hier? Eine Deckerkarte. Oh! Okay. Sonst ist hier nichts. War doch hier. Leichter Kraftrang. Was ist das? Ein Reinigungstrank. Was ist das? Ein Verjüngungstrank. Warum nicht? Nehren wir doch gerne mit. Sonst ist hier nichts. Da hinten habe ich gesehen, da ist... Oh no, what? Hier. Ja, hier ist wieder... Music. Ich muss einmal gucken, in welcher Reihenfolge. Eins. Drei. Drei. Okay, eins. Drei. Drei. Okay, cool. Cool. Da sind auch Pfeffer wieder Wölfe. Da sind auch Pfeffer. Aaah. tut mir leid bambi tut mir leid aber was muss hab muss ich muss auch überleben tut mir leid das ist mein weg den ich jetzt hier gemacht und die ganzen sachen tauchen erst auf wenn ich da hingegangen bin das heißt also was haben wir hier hier haben wir auf jeden fall auch noch mal solche dinge wo rennst du denn in alter hallo ohne scheiß dieser steinpickl der ist echt gut zum campen was mit dir los ok cool du haust ab ja ich bin hier komm her was ist los dann hätten wir das auf hervor auch schon mal frei also wir müssen auf jeden fall diese ganzen da ist auch noch was wollte es gerade wie in fortnight wollte ich jetzt gerade die dinge hier machen ah ein schwein ah mama schwein kommt auch warte mal messer bitte messer kann auf jeden fall wieder gut sachen herstellen ist hier irgendwas nö was ist da hinten da hinten ist auf jeden fall auch irgendwas los warte mal wo gucke ich denn da jetzt denn hier ungefähr ne ich mach hier mal eben so ein anker hin dann weiß ich zumindest da müssen wir auf jeden fall noch hin war ich da schon gewesen ich glaube da war ich schon gewesen ne sieht mir aber auch wieder aus wie so ein kraftort das ding haben schon aufgemacht ja da war ich schon gewesen dass diese mine wie viel sens habe ich jetzt eigentlich eigentlich auf jeden fall mal was hier weg sortieren das kommt weg das kann weg das auch das kann auch wirklich glaube ich glaube irgendeine tische machen kann was war das schwarzpulver das werde ich wahrscheinlich brauchen früher oder später ähm hier war fleisch ne ja sehr gut knochen knochen ja ja ok ich würde ja noch mal so eine andere tasche machen ich weiß gar nicht mehr wo war ich ja was das feld kronleuchter feld stehlampe wir bräuchten dafür tierfaser stöcke ach cool hat sie fertig gemacht das ist ja nett alles total unordentlich aber ich kann gar keine dinge zu machen ich mach mal mein lagerfeuer hier hin da geht es schon mal ja 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 Ich kann Fleisch schieren. Ich kann Fleisch schieren. Ich kann natürlich jetzt nur empfuttern hier. Ich bin auf jeden Fall müde. Ich kann auch wieder pennen. Ich bin jetzt kaputt. Warum brennt die? Warum brennt die? Okay, Brudi. Ach so, genau. Ich wollte ja die Dinger nicht ersenzen. Rennt die durch das Feuer, ey. Ich hab so The Forest-Vibes irgendwie. Ich bin hier, ich bin hier. Das war's für heute. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt eine Murder-Station, vielleicht, äh, Handbuch, wo ist die? Ja, Bauholz und Faser, okay. Bauholz kriege ich hier, ne? Wo ich Holz bin, oder? Okay, habe ich ja genug von. So, Bauholz. Wie viel Bauholz brauche ich dafür? Faser, Faser, Faser. Tierfaser, wird auch Tierfaser. Anscheinend schon, okay. Tierfaser. Ja. Okay. So, ich muss das erreichen. Ah, okay. Reicht auch nicht. Jetzt habe ich das nicht mehr. Okay, cool. So habe ich nur noch Aurel. Peine hier zusammen, veredeltes Pigment. Die kann ich dann für Medizin und so nehmen, ne? Das ist ganz cool. Okay, ähm. Sagt mal, bis das Tag ist. Okay. Meinen Samen habe ich schon irgendwo gehabt. Oh, ich bin jetzt auch nicht genug. Ist natürlich sicher. Okay. 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 ich habe sie realen wo ich google Ne, hier auf jeden Fall nicht. Schau. was ist das ich würde es echt mal gerne wissen ob dieses tier mich angreift ich habe absolut gar keinen plan hier waren wir auch schon hier ist die mine er läuft halt die ganze zeit so um die map rum und weiß ich nicht weiß ich ruhe gut da war hier noch mal gut hingelaufen ist eigentlich hier alles dann hat er sich wahrscheinlich wo ich die letzten aufnahmen gemacht habe wahrscheinlich da hinten voll festgebackt gehabt sowieso will das stehen ja dann würde ich sagen dann war es das erstmal für diese folge und das nächste mal gehen wir dann da hinten hin wo der anker ist dann sag ich mal ich wollte gerade ermorden wie bei vortrag sagt man dass du zu viel fortnite gespielt hast ohne mir zu sagen dass du fortnite gespielt hast den hier müsste ich wahrscheinlich auch noch mal anders hinstellen denn er sieht total kacke aus hier so das machen wir aus du bist da und ähm ja dann sag ich mal bis zum nächsten mal okay ja bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss